Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Heute kochen ich Curry mit Küllbis und Tempeh. Normal kochen ich mit Curry ist Thai Basilikum, aber heute benutzen ich regionale Basilikum. Und die Männchenblätter, Chitonegras kann man in der Tübkühle lassen und kann man immer brauchen. Aber Thai Basilikum ist sehr schwierig, überall zu finden. Deswegen probieren wir mit normalen Basilikum. Das ist unglaublich, auch so lecker! So, machen wir anfangen. Wir nennen die Hokkaido Kübis. Und weiter schneiden wir in Kübis alle Würfel. Kleine Würfel. Kleine Würfel. Ich mache die Anusseher. Ölnüsse zum anblatzen ist sehr gut und das Kübis alles zusammen geben. Also, CK brauche ich 10 Minuten Zeit, langsam anblatzen, ich brauche ein bisschen Gerut, ein bisschen Liebe, bis das Kübis galen. Zu dieser Zeit mache ich die Pasta, Kokosmilch im Mixer geben, weiter immer ein bisschen reiben und die Mendebrätter habe ich gekauft, das ganze große Pasta in der Tiefkühle, die kann man 3-4 Monate brauchen, das ist ein Vorteil, das muss man nicht immer kaufen. Und ein Tonneglas drin schneiden, auch im Mixer geben, alle zusammen purieren. Das ist gut, in der Tüde lassen. Pfanne ein bisschen putzen, noch ein bisschen Öl und Pfanne dazu und schneiden die Wiesing. schneiden die Wiesing schneiden hier ein kleines Stück. So, Wiesing in die Pfanne geben, weiter schneiden die Chilli, einfach entkernen und links schneiden. Und Chilli dazu, kurz dünsten und Wasser abdosen. weiter ein bisschen Tamari, und 11 Flocken, ein bisschen Noni gemahlen. Noni hat ein bisschen Umami geschmackt, und Salz, noch ein bisschen Pfeffer. So, lasse ich ca. 3-4 Minuten koken. weiter, Pasta dazu. Katofen Steak mit ein bisschen Wasser. Also, lasse ich noch ca. 3-4 Minuten koken. weiter, Kartoffeln Steak mit ein bisschen Wasser. Dazu gebe ich Milchchen. Einmal aufkoken. Weiter mache ich die Tempeh. Diese lasse ich an der Seite. Weiter schneide ich Tempeh. Tempeh ist ein fermentierender Sojabohnen. Es ist sehr gesund. Wenn Sie so essen, haben wir zu viel. Einfach Scheiben schneiden. Das ist zu groß, nochmal habieren. Fettfleisch in Pfanne geben. Immer bewegen. Nicht so lange, aber ich leue die Pfeffer nicht. Wenn wir in die Pfeffer nicht dasselbe, dann nehme ich noch Kohnsirup. Und das mache ich noch nicht. Hier wird. G tighten die Pfeffer nicht so. Lassen Sieben. Dann nehmen die Pfeffer nicht an. Das hern muss schießen. Und ein bisschen Chili, Tamarino-Paste. Tamarino-Paste in der Marke hat zwei verschiedene. Eine ist sehr sauer, eine nicht so sauer. Das muss man schauen, wie es schmeckt. Wenn es zu sauer ist, kann man ein bisschen mehr, aber nicht saft. Und weiter ein bisschen Tamarino. So, alle zusammenmischen. Jetzt ein bisschen Öl dazu. Und ein bisschen Milch. Dann Sauce dazu. Fertig, jetzt anliefern. Dieses Rezept braucht sehr viel Basilikum. So, die Basilikum. Nur einfach habbieren. So, dazu. Bis zum nächsten Mal. Und dann? Deshalb! So! So, noch Cashew Cannon. Jetzt sieht es lecker aus. Probieren jetzt. Zum Erz probieren die Dembe. Würzig, ein bisschen scharf und süß und sauer. Interessant. Und Kübis. Mmmh, dieser Curry-Gesmack. Aromat spüren ganz Mund bis Nase. Unglaublich. Sehr frisch, diese Basilikum und die Curry zusammen. Wow, intensiv. Probieren diese Rezepte. Ich sage dir, cool und lecker. Also, vielen Dank für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr interessiert, kochen und gib mir eine Like. Und schreiben, was ist deine Erfahrungen?